Da ist Luchio schon wieder. Hey Astrid, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Wow, du hast schon 5 Pokémon geschnappt. In Jubelstadt gibt es übrigens eine Trainerschule, da solltest du mal vorbeischauen. Eine Trainerschule? Marco ist vorhin auch schon dorthin aufgebrochen. Dann mal weiterhin viel Erfolg mit dem Pokédex, man sieht sich. Wir springen um die Schuhe, da kannst du alles mögliche lernen. Mit denen kannst du kämpfen. Mit denen? Ja, dann kriegst du eine TM. Wir haben gerade mit Mandisabal nicht mehr gutes Laufen, aber könnten wir gegeneinander kämpfen? Das ist all die Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Oder, ja, TM. Schulkind Lexi fordert dich heraus. Wie sie einfach so einen Pokédex in ihrer Tasche hat, ne? Einfach weil sie ein Schulkind ist. Wie einfach im Raum kämpfen, Lena. Ja! Ich erfahre, du Opfer. Tziak. Ich betrug jetzt mit deinem Ladestrahl. Tschuuu. Ups. Ja, das ist mir in der Tor-Attack auch nicht so. Na, Tor. Fluffy wurde angerufen. Wurde gesiegt. Angerufen. Einwechseln. Verletzte Spieler. Huck-Zucki! Abra-Down. Ja! 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 Ich weiß nicht, ob es ein Let's Go auf war, aber du hast es nie mitbekommen, aber es kann sein. Aber allein nicht doch so viel und gerne. Danke für deine 400 Dollar. Wir haben ja einfach ihr ganzes Taschengeld geklaut, ne? Ja! 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 Ich muss dich doch noch leveln damit er sich weiterentwickelt! Hauptsache, dass er unterkommt, einfach dieser Vogel schlägt einmal mit seinen Flügeln und das A-P-Lat mit dem Daumen. Warum hast du jetzt noch zwei Flügel, die einfach so gegen den Level-Kampf bieten, einfach mal? Oha, dann ist das dann wohl so. Auf dem haben wir sein Taschengeld geklaut, jetzt kann er jetzt kein Schulbrot mal kaufen. Puh, du bist wirklich gut. Wir haben jeden Tag und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Du wirst diese TMs mit Sicherheit richtig einsetzen können. Hier bitte. Du erhältst TM-10. Wascht aus die TM-10 in deiner TM-Tasche? Mit der TM-10 kannst du einem Pokémon die Attacke Kraftschub beibringen. Wenn es Kraftschub im Kampf einsetzt, befindet sich seinen Angriff und seinen Spezialangriff. Denk dran, dass du eine TM nur einmal verwenden kannst. Wie? Du kannst jede TM, die es im Spiel gibt, noch einmal für ein Pokémon verwenden? Hey Astrid, bist du auch hier um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel geschrieben steht. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine kostbaren Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Astrid? Was, du hast etwas für mich? Du gibst das Paket. Und was ist das? Wow, klasse, es ist ja eine Karte. Huch, habe ich so lange gleich zwei davon. Finde ich zwar toll, weil ich brauche nur eine. Hier, du kannst die andere haben, Astrid. Was habe ich gesagt? Da ist die Karte drin. Hm, wenn ich mich nach der Karte gerichte, dann heißt mein nächstes Jervo Erzling. Dort gibt es auch eine Arena, Ideals umtrainieren meiner Pokémon. Sieht sich, bin ich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich! Da kannst du jetzt theoretisch lernen, welches Pokémon gegen welches schwach und stark ist und so. Aber das zeigt das Spiel hier auch an. Du bist nämlich lange ein Trainer, stimmt's? Du sollst die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Guck, Startprobleme aufgelöst. Ne, ach ne, Startprobleme auf Pokémon. Ach, sowas. Ja, aber gar keins. Sagt der Name doch schon, was die Startprobleme sind. Ne? Ich habe einen Aufsatz geschrieben und der Titel lautet Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Pokémon sind in der Lage, Items einzusetzen, die ihm zum Tragen gegeben wurden. Aber mit bestimmten Items, die es von Menschen hergestellt wurden, wie etwa Tränken oder Gegengipf, wissen sie selbst nichts anzufangen. Ne, aber du kannst zum Beispiel Nüsse geben und die fressen die dann, um sich selbst zu halten. Heute haben wir etwas über verschiedene Typen von Pokémon erlernt. Ähm, Typ Pflanze ist schwach gegenüber Feuer. Feuer wiederum ist schwach gegenüber Wasser. Und Typ Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Das glaube ich wenigstens. Ja, stimmt so. Aber es ist gut an diesem Pokémon ist, sobald du einmal gegen ein Pokémon gekämpft hast, weißt du immer, welche Attacken effektiv oder sehr effektiv sind. Auch Trainer, da weißt du viel über Pokémon. Verstehe, was Pokémon anbetrifft, kennst du dich auch ziemlich gut aus. Dann hast du es wahrscheinlich nicht unbedingt nötig, die Trainerschule zu besuchen. Aber du kannst ja trotzdem mal vorbeischauen. Wer weiß, vielleicht lehnt es dir auch noch was Neues. Auf dem Typen da, der da rum steht, kannst du gleich nochmal reden. Der gibt dir noch was Wichtiges. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Wie fehlt dir mir noch ein wichtiges Item im Teamspiel, was dir alles verändern wird? Mhm. Da brauchst du auch nie meine Uhr benutzen. Dann siehst du nämlich immer, wie spät es ist. In Pokémon. Unter anderem. Kannst du auch noch einen Schrittzähler benutzen. Der schon funktioniert, bevor du überhaupt die Uhr und dieses Item hast. Ja. Ja, guck. Da kannst du nämlich auf deine Pokémon-Box auch zugreifen. Ja, wenn du darfst. Zack. Guck. Und da kannst du jetzt die Uhr und dieses Pokémon in deine Box tun. Guck. Du kannst ihn nämlich noch freilassen. Kannst ihn nicht irgendwo hinschicken. Ne? Und wenn ich den jetzt in Box 1 mache, ist er frei da in der Box? Nein, freilassen heißt, du lässt ihn in der Tour frei. Du kannst ihn einfach in die Box schieben, wenn du ihn hier haben willst. Freilassen heißt, du entlässt das Pokémon einfach wieder in die Freiheit. Ja, das ist in der Box. Okay. Brutal. Ja, und da, der quatscht dich noch zu. Hm, du hast fünf Pokémon gesehen. Hätte noch mal mehr am Up-Kan. Guck. Der labert nur. Scheiße, der Typ. Der Professor Albe. Ja. Guck. Der Raum bringt ja aber im Endeffekt nichts, weil um die Funktion zu benutzen, brauchst du Nintendo Switch online. Ne? Ja. Brauchst du mit Dinger? Ich quatsch nicht. Ich kenn das schon. Das ist der lokale Club. Du kannst mit Spielen in der Nähe interagieren. Genau. Brauchst nicht eintreten, das bringt ja nichts. Weil die Sache ist, wenn wir jetzt beide einen Diamant hätten, du hättest eine Switch hier, könntest du theoretisch mit mir Pokémon tauschen. Ne? Oder wenn du Switch online hättest, kannst du nachher, wenn du da hochgehst, sobald du da nachher rein darfst, könntest du da mit anderen, mit Online-Spielern kämpfen und Pokémon tauschen, aber dafür bräuchte man Switch online. Ne? Deswegen die beiden Stockwelke bringen im Endeffekt nichts. Ne? Ja. Er quatscht dich ja eh schon mal. Wie bitte? Du willst ein echter Pokémon-Trainer sein, besitzt aber nicht meinen Pokétech? Das ist so wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du lebst echt hinter dem Mund. Ich habe den Pokétech erfunden, musst du wissen, und stehe ihn jetzt serienmäßig her. Aktuell leite ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als drei Clowns in Jubel stattzufinden. Wenn dir das gelingt, bekommst du von mir ein Pokétech geschenkt. Hallöchen, ich bin einer der Clowns aus der Werbekampagne. Und du hast einfach Ja gedrückt, ohne die Frage überhaupt zu lesen. Ne? Du hast gefragt, ob Pokémon stärker werden im Kampf, und du sagst einfach Ja. Ne? Ja, gut. Du musst eigentlich nur mit den Clowns quatschen. Da kommst du noch nicht weiter. Sag mal, warst du eigentlich auch bei der Pokétech-Kampagne mit? Nein? Oder sollst du unbedingt tun? Guck, du musst erst bei der... Bevor du auch erstling aufbrechen kannst, brauchst du erst die Arme an, du, die ist wichtig. Hallöchen, ich bin einer der Clowns. Kann man... Ja, kann man. Hier fehlt noch einer. Das Kupon 1 und 3. Hallöchen. Ja, das geht auch für Attacken. So, und jetzt kannst du den Typen zurückgehen, dann kriegst du deine Uhr. Aber ich weiß nicht, wenn ich nur Uhr erfinden würde, ich würde euch einfach die an jeden verschenken, ne? Weil ich würde da einen Haufen Geld für verlangen, ne? M-mh. Doch. Bravo, da kann ich nur applaudieren. Im Tausch gegen die Coupons erhältst du einen Pokétech von mir. Wie versprochen, bitte sehr. Ja. Weiß ich. Wie kann man auf der Reise finden, die neuen Apps? Das ist im Endeffekt die Alternative zu früher. Früher muss man nämlich diese Philems, die man nach jedem... Arena gibt es ja immer eine neue Philem, die man benutzen kann. Die muss man früher auch Pokémon beibringen. Um halt, ne? Videos aus Let's Go Pikachu, keines Fliegen und alles zu können, ne? Hm. Muss man im alten Teil Pokémon beibringen. Und jetzt kannst du ihr einfach über die Uhr auswählen. Ne? Und da kommen aber viele Pokémon und helfen dir dabei. Ja. Ja. Wie kann ich dir helfen? Möchte gerne etwas kaufen. Wenn du ein Pokémon gedownt hast und es fängst, dann ist es gleich wieder vollgeheilt, wenn du es in diesem Ball da fängst. Wenn du jetzt 33 Hellball oder Heilballe kaufen willst, dann geht es einfach nicht, ne? Nö. Muss ich gleich einschlafen? So, jetzt kannst du da hin aufbrechen, wo du eben hinlaufen wolltest. Jetzt quatsch, stell ich nicht mehr an. Jetzt hast du ja schließlich in den Arm, du. Ja, wie sieht es aus, Astrid? Sag schon, bis in letzter Zeit stehe geworden. Hm, ob ich auch stehe geworden bin, aber wirklich, sieht man es einfach nicht. Ja, du hast ein Pokétech, um das sehe ich. Los, ich verweise es dir. Okay. Ey, diese kleine Flitzpieper, ne? Ja, aber jetzt, man hätte schon gesagt, zwei Pokémon zu fangen, wollen wir, äh, ein Pokémon zu fangen, wollen wir jetzt applaudieren? Hm? Ne, watscha. Nicht übermütig werden, noch ist der Kampf nicht entschieden. Ich glaube, die haben einen Angriff gemacht und er sagt gleich, nicht übermütig werden. Ne? Cool, Erfahrungspunkte erhalten. Ich glaube, die beiden sind die Zähler etwas für das Zählen. Ich bin noch nicht übermütig. Ich bin noch nicht übermütig. Ich bin noch nicht übermütig. Ich bin noch nicht übermütig.